Hallo und herzlich willkommen in dieser Folge. Mein Name ist Dr. Medkonzernin Wagner und heute sprechen wir über den Vasospasmus beim Stillen, vor allen Dingen auch über Schmerzen beim Stillen, denn das ist einer der häufigsten Gründe für das frühe Abstillen und könnte tatsächlich mit relativ einfachen Mitteln verhindert werden. Viel Spaß in dieser Folge. Zu den häufigsten Gründen beim frühen Abstillen zählen unter anderem die Wunden oder verletzten Brustwarzen, das Gefühl zu wenig Milch zu haben, eine Mastitis, also eine Brustentzündung und auch Schmerzen beim Stillen, die tatsächlich nicht unbedingt kurz nach der Geburt auftreten, sondern sogar Wochen und Monate später erst auftreten können. Und dazu zählt eben auch der sogenannte Vasospasmus. Lasst uns zunächst einmal klären, was Vasospasmus genau bedeutet. Es bedeutet im Prinzip nichts weiter, als dass sich ein Gefäß oder Gefäße stark verengen, sodass die Blutzufuhr gedrosselt wird. Das gibt es also nicht nur bei der Brustwarze, sondern bei vielen anderen Erkrankungen auch, unter anderem auch bei den Fingern zum Beispiel oder den Füßen, was sich dann Renault-Syndrom nennt. Aber auch bei der Brustwarze oder der Brustallgemein gibt es dieses Phänomen, was sich dann eben Vasospasmus nennt. Und dafür gibt es einige Gründe, die relativ leicht zu beheben sind, worauf wir gleich noch zu sprechen kommen. Lasst uns aber erstmal beleuchten, was für Probleme Frau beim Stillen hat und vor allen Dingen wann. Denn, und das ist ein wichtiger Punkt, ich habe es schon eben angedeutet, es muss nicht unbedingt die ersten Stillversuche, die ersten Tage nach der Geburt auftreten, sondern kann Wochen und Monate später erst passieren, was unter anderem auch daran liegt, dass das Kind sich natürlich von der Motorik her ändert und auch ein anderes Anleg- und Stillverhalten an den Tag legt. Typischerweise sind die Schmerzen extrem hell, extrem stechend und bis in die ganze Brust hinein, also bis in die Tiefe und nicht nur auf die Brustwarze begrenzt. Ich blende euch hier mal ein Bild ein, wie so ein typischer Vasospasmus der Brustwarze aussehen kann. In der Hoffnung, dass YouTube das nicht sperrt jetzt. Und diese Schmerzen kommen auch typischerweise dann vor, wenn die Brustwarze aus der schönen, warmen Mundhöhle an die freie Oberfläche gelangt. Also auch zum Beispiel bei Kälte im Winter ist der Vasospasmus gar nicht so selten und tritt sogar auf, ohne das angelegt wurde. Typischerweise haben diese Frauen auch kalte Hände, kalte Fingerspitzen und auch kalte Füße. Risikofaktoren für einen Vasospasmus sind zum Beispiel, wenn du Raucherin bist, wenn du viel koffeinhaltige Dinge trinkst, Kaffee, grüner Tee etc. Wenn du Beta-Blocker einnimmst, also ein Blutdruckmedikament, was sehr oft in der Schwangerschaft verschrieben wird. Wenn du das Rhinose-Syndrom hast, wenn du Migräne-Patientin bist und jetzt kommt ein ganz wichtiger Risikofaktor, die falsche Anlegetechnik hast oder entwickelst, dadurch, dass das Kind ein bisschen mobiler an der Brust wird. Die Anlegetechnik wird ganz, ganz wichtig, jetzt auch gleich bei den Therapieoptionen, ob du selber nochmal drauf guckst, die Stillberaterin oder eben die Hebamme. Hier muss nochmal wirklich explizit nachjustiert werden. Was auch noch ein wichtiger Punkt ist, wenn du das Gefühl hast, du hast sehr viel Milch oder sehr wenig Milch, kann das auch ein Risikofaktor sein für den Vasospasmus. Stell dir das so vor, wenn du jetzt sehr viel Milch produzierst und es schießt quasi nur so aus der Brustwarze raus, versucht das Kind ja diese Milchzufuhr zu drosseln, indem der Kiefer ein bisschen zusammengedrückt wird, um eben den Milchfluss ein Stück herunter zu drosseln. Und dieses Zusammendrücken der Brustwarze kann natürlich auch dazu führen, dass ein Vasospasmus entwickelt wird. Was da hilft, ist auch wieder, was die Anlegetechnik angeht, natürlich, dass das Kind quasi berghoch trinken muss. Also gegen die Schwerkraft, die zurückgelehnte Haltung beim Stillen ist hier ganz, ganz wichtig. Im Gegensatz dazu, wenn du zu wenig Milch subjektiv hast oder tatsächlich hast, dann ist es so, dass das Kind natürlich viel mehr Unterdruck erzeugen muss und natürlich die Brustwarze extrem stimuliert wird, sodass hier auch ein Vasospasmus passieren kann. Und hier würde man sich natürlich im Umkehrschluss die Schwerkraft wieder zunutze machen, um den Milchfluss ein bisschen zu steigern. Therapeutisch gibt es jetzt einige Dinge, die relativ leicht umzusetzen sind, auch für dich. Generell gilt erstmal, die Brustwarze oder die Brust allgemein muss warm gehalten werden. Auch gerade vor und auch nach dem Stillen muss die Brust unbedingt warm gehalten werden, dass gar nicht dieses Kältephänomen auftritt. Und da gibt es einige Nahrungsergänzungsmittel, die nachweislich funktionieren. Allen voran muss man nennen das Magnesium. Denn jetzt haben wir noch einen kleinen weiteren Risikofaktor für das Entstehen eines Vasospasmus, wozu ich dir auch schon mal ein Video gemacht habe, was ich dir hier verlinke. Da geht es nämlich um das Magnesium. Und vor allen Dingen, wenn Magnesium vor der Geburt auf einmal abgesetzt wird, weil es kann ja Wehen verhindern, was übrigens Quatsch ist. Schaut euch gerne das Video an. Also Magnesium unbedingt während der Schwangerschaft, über die Geburt hinaus und in der Stillzeit weiternehmen. Ist auch eine Therapieoption bei Vasospasmus. Relativ hoch dosiert Magnesium am Tag nehmen. Calcium gehört ebenfalls zu einem Nahrungsergänzungsmittel, was jetzt quasi wieder aus der Schublade geholt werden sollte. Genauso wie Vitamin B6. Wobei man sich bei der Vitamin B6 Dosierung noch nicht so ganz einig ist, ob man eher hoch dosiert rangeht oder eher niedrig dosiert für längere Zeit. Das besprecht ihr am besten, so wie alle anderen Nahrungsergänzungsmittel mit eurer zuständigen Gynäkologin. Dann gibt es noch Lecithin, Nachtkerzenöl und sogar das gute und altbewährte Spaskopril. Kennt vielleicht die ein oder andere von der Hebamme Spaskopril eben auch als ein entkrampfendes Mittel. Und als letzte Option quasi gibt es tatsächlich auch ein Medikament, das nennt sich Nifidipin. Das ist ein Kreislaufmedikament, was die Gefäße weit stellt und kann, wenn alle Stricke reißen ist, gar nicht besser wird, trotz optimaler Anlegetechnik genutzt werden, um hier diesen Vasospasmus eben zu verhindern. Die klassische Dosierung sind 30 Milligramm. Nifidipin ist ein verschreibungspflichtiges Medikament, was ihr wie die anderen Dinge auch unbedingt mit eurer Gynäkologin absprechen solltet. Laut Embryotox ist es aber in der Stillzeit unbedenklich. Könnt ihr also auch nehmen, wenn gar nichts mehr geht. Und Nifidipin wird in den meisten Fällen für zwei Wochen verschrieben und dann nochmal re-evaluiert, ob es jetzt zu einer Besserung gekommen ist. Man kann aber sagen, in den allermeisten Fällen ist durch die richtige Anlegetechnik, durch die Nahrungsergänzungsmittel, die wir gerade besprochen haben, schon eine wahnsinnige Besserung zu sehen. Und deswegen wird auch das frühe Abstillen Gott sei Dank öfter verhindert, wenn man nur weiß, worum es sich handelt. Jetzt weißt du also, was der Vasospasmus ist. Es ist ein Phänomen, was Schmerzen beim Stillen verursachen kann. Neben dem Vasospasmus gibt es natürlich zum Beispiel noch den Sorgen, also die Pilzinfektion. Ein kurzes Zungenbändchen zum Beispiel beim Kind kann auch Schmerzen verursachen. Die Brustwarze, die lidiert ist, kann Schmerzen verursachen. Da gibt es also wirklich eine ganze Palette an Ursachen, die es gilt rauszubekommen, die Ursachen. Und wenn man die rausbekommt, dann kann man eben entsprechend therapieren und verhindert so das frühe, vorzeitige Abstillen, obwohl der Wunsch vielleicht bei Mama und Kind ja sowieso noch da ist. Also lasst euch auf jeden Fall nicht mit Schmerzen beim Stillen sein normal abspeisen, sondern geht dem Ganzen auf den Grund. Wenn ihr übrigens noch mehr über Schmerzen beim Stillen, andere Gründe zum Beispiel auch, habe ich zu wenig Milch, habe ich zu viel Milch, wissen wollt, schreibt es mir bitte in die Kommentare, damit ich weiß, das Thema ist gewünscht und dann greife ich das sehr gerne mal auf. Ihr tut mir natürlich einen sehr großen Gefallen, wenn ihr Kanalmitglied werdet, denn so unterstützt ihr natürlich nicht nur meine Arbeit, sondern das ganze Team, was dahinter steckt und immer wieder aufs Neue sich neue Themen raussucht und die auch aufarbeitet. Sowieso, wenn ihr abonniert, freue ich mich sehr. Wenn ihr einen Daumen nach oben da lasst für das Video, freue ich mich umso mehr. Wir sehen uns dann im nächsten Video wieder. Viel Spaß. Bis dahin und Tschüss. Bis dahin und Tschüss.